wir sind jetzt aufgebrochen um 8 uhr 9 uhr wollten frühstücken aber heute nicht bei uns im hotel sondern hier am ocean drive und es ist voll cool hier hier ist die versace ja auf jeden fall suchen wir jetzt ein leckeres restaurant wo wir frühstücken können und dann gehen wir ein bisschen spazieren und was machen wir dann gehen wir am pool heute machen wir mal was entspanntes und am ende wollen wir mit dj karlit jetski fahren das waren aber heute ein bisschen später wir haben jetzt ein super geiles kaffee gefunden und hier haben wir jetzt frühstück bestellt sehr geil und es ist sehr 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 heiß übertrieben was ist das wird sie vorbeißen warte ich weiß noch nicht wir waren jetzt frühstücken wir haben jetzt gefrühstückt und haben wie viel bezahlt 70 70 dollar für ein bagel ein omelette eine schüssel früchte ein kaffee und ein wasser was noch und pancakes sie haben die aber einfach mitgenommen naja egal okay wir gehen jetzt zum pool wir fahren jetzt erstmal zu unserem hotel und dann zum pool heute ist es sehr heiß bestimmt jetzt schon so 32 grad ja das ist unser auto das ist das ist die versace villa zum blumenkügel für zu hause weiß ich nicht da 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.